Als ich noch ein Student war, arbeitete ich als Hausmeister für eine örtliche Kirche in der Stadt. Nach so vielen Jahren in dieser Kirche konnte ich sagen, dass es ein wirklich altes Gebäude war. Ich hatte noch nie eine klare Antwort darauf erhalten, wie alt das Gebäude war. Keiner in der Belegschaft kannte sich mit der Vorgeschichte dieser Kirche aus. Die älteste Person, die dort arbeitete, war der andere Hausmeister namens Harry. Jedes Mal, wenn ich ihn gefragt habe, wie alt das Gebäude war, sagte er mir immer nur, dass es älter als er war. Er liebte es auch, mir Geistergeschichten über das Gebäude zu erzählen. So hörte ich oft, dass die Kirche auf Begräbnisstätten und anderen gruseligen Dingen gebaut wurde. Ich hatte an diesem Ort so viel recherchiert, dass ich mit größter Sicherheit sagen konnte, dass dieses Gebäude nicht auf irgendeinem Friedhof oder ähnliches errichtet wurde. Bei all den Recherchen, die ich gemacht habe, fand ich immer noch keine Erklärung für das, was noch im Laufe meiner Zeit an diesem Ort passieren sollte. Während meiner Zeit in der Kirche war es meine Hauptaufgabe, zusammen mit Harry am Ende des Tages aufzuräumen. Wir teilten uns die Arbeit auf, sodass Harry das Hauptgeschoss sauber machte und ich den Keller reinigen musste. Der Keller der Kirche bestand aus einem Ofenraum und einem langen Flur, auf dessen beiden Seiten Unterrichtsräume für Kinder standen. An einem Ende des Flurs befanden sich Treppen und das andere Ende führte in den Ofenraum. Die Wände waren nicht schalldicht. Wenn der Ofen lief, wurde es auf dem Flur verdammt laut. Das Schlimmste an dem Flur war, dass sich der einzige Lichtschalter am anderen Ende der Halle von der Treppe befand. Irgendein elektrisches Genie kam auf die glorreiche Idee, den einzigen Lichtschalter ausgerechnet im Ofenraum zu platzieren. Abends bei Dunkelheit durch den Flur zu laufen, war alles andere als spaßig. Es machte mir Angst. Wie dem auch sei, es war Mitte Dezember gegen halb sieben abends, als die Sonne langsam unterging. Ich machte meine Runden und ging danach in den Keller, um diesen zu reinigen. Die einzigen Fenster waren die an den Wänden der Klassenzimmer. Diese befanden sich auf der gleichen Höhe mit dem Boden draußen, sodass man lediglich die Füße von einer Person sehen konnte. Sie wurden selten gesäubert und selbst wenn es immer noch hell war, kam nicht viel Sonnenlicht hinein. Bis auf das Hereinleuchten von Scheinwerfern eines gelegentlich vorbeifahrenden Autos war es in diesem Raum ziemlich dunkel. Jeden Sonntagabend ging ich von Klassenzimmer zu Klassenzimmer, um das zurückbleibende Chaos zu säubern, den Flur zu fegen und im Ofen nachzusehen. In dieser Nacht brauchte ich länger als sonst, weil ein Kind in einem der Klassenzimmer an diesem Tag aus der Nase blutete und den ganzen Teppich versaute. Natürlich musste ich das sauber machen und dafür sorgen, dass der Fleck verschwinden würde. Normalerweise war ich gegen 21 Uhr fertig. An diesem Abend wurde es 22 Uhr. Als ich mit dem Putzen fertig war, schloss ich die Klassenzimmer ab, stellte sicher, dass der Ofen im Betrieb war und machte mich auf den Weg, um die Lichter auszuschalten. Ich hatte vor ungefähr einem Monat einen Weg gefunden, die Lichter am anderen Ende der Halle so auszuschalten, dass ich nicht durch die Dunkelheit laufen musste. Ich nahm eine Schnur, machte eine Schlaufe und befestigte diese am Lichtschalter, sodass ich vom anderen Ende des Flurs einfach nur ziehen musste. Es hatte größtenteils ziemlich gut funktioniert, aber nicht dieses Mal. Ich hatte die Schnur auf den Schalter geschlungen und war bereit, sie vom unteren Ende der Treppe zu ziehen. Als ich daran zog und das Licht aus war, passierte etwas Seltsames. Als der Flur dunkel wurde, stellte sich der Ofen ab. Ich war vollkommen still und etwas erschrocken über den plötzlichen Geräuschmangel. Ich murmelte vor mich hin, als ich davon ausging, dass der Ofen den Geist aufgegeben hatte. Ich ging alle Gründe durch, aus denen der Ofen ausgehen konnte und vermutete, dass die Sicherung durchgebrannt war. Ich war kein großer Elektriker, aber das war das Logischste, woran ich denken konnte. Der Strom in dem Gebäude war sowieso billig und ziemlich beschissen. Ich fing an, die Schnur zurückzuziehen, aber sie wurde straff und bewegte sich kein Stück. Ich nahm an, dass die Schlaufe am Schalter hängen geblieben war, was sich für komisch hielt, weil er sich noch nie festgefahren hatte. Ich machte diesen Trick seit Monaten und hatte noch nie ein Problem damit. Abgesehen davon machte ich nie den Ofen aus. Ich zog die Schnur etwas schwerer an und versuchte, sie zu lösen. Es gab für eine Sekunde nach, dann wurde es wieder fester. Verwirrt zog ich es langsamer. Es hob und senkte sich etwas, als ich daran zog, als ob jemand das andere Ende halten würde. Ich spürte, wie mein Herz in meinen Bauch fiel und war für eine Weile gelähmt, bevor ich zur Besinnung kam. Ich ließ die Schnur fallen und zog mich zur Treppe zurück. In dem Moment spürte ich den Türknauf hinter mir. Dann warf ich einen Blick auf die Schnur und stellte fest, dass sie deutlich weiter weg war. Auch wenn es seltsam klang, war ich mir sicher, dass jemand am anderen Ende war und an der Schnur festhielt. Ich war nicht allein in diesem Keller. Nach ein paar Sekunden blickte ich auf und fürchtete mich davor, was ich sehen könnte. Ich versuchte, etwas zu erkennen, aber es war zu dunkel, um das ich hätte etwas sehen können. Dann hörte ich ein Auto, das sich dem Gebäude näherte. Die Scheinwerfer durchbohrten die Dunkelheit. Was ich dann sah, ließ mein Blut in den Adern gefrieren. Ich sah eine graue Gestalt in zerlumpfen braunen Kleidern mit dunklen Haaren, die den größten Teil ihres Gesichts bedeckten. Diese Gestalt sah mich mit einem harten Blick und einem Hass an, den ich nie vergessen werde. Als ich das Auto wegbewegte und das Licht zu verschwinden begann, konnte ich sehen, wie sich dieses Ding auf mich zubewegte. Ich öffnete die Tür hinter mir und rannte die Treppe hoch. Ich tastete den ganzen Weg nach meinen Schlüsseln, damit ich die Tür oben abschließen konnte. Sobald ich oben angekommen war, hörte ich, wie sich die Tür unten im Treppenhaus öffnete. Ich schlug die obere Tür zu, schloss sie ab und rannte aus dem Gebäude. Als ich bemerkte, dass Harry eine der Bänke säuberte, blieb ich stehen und drehte mich zu ihm um. Er fragte mich, was los sei, und ich sagte ihm, dass unten jemand war und wir so schnell wie möglich gehen mussten. Wir drehten uns beide zur Kellertür, als wir die Tür klappern hörten. Was auch immer im Keller gewesen war, war oben auf der Treppe und versuchte, uns zu erreichen. Ich war froh, dass ich die Tür verschlossen hatte. Das Ding versuchte, es ein paar Mal zu öffnen, bevor er scheinbar aufgab. Alles, was Harry und ich tun konnten, war zu starren und uns zu fragen, was passieren würde. Im nächsten Moment begann die Tür heftig zu zittern. Das Ding versuchte, durch die Tür zu kommen. Es zog mit einer Hand an dem Knauf und schlug mit der anderen Hand gegen die Tür, um sie zu zerbrechen. Harry und ich gingen zum Eingang des Gebäudes und schauten nicht zurück, bis wir die Haustür geschlossen hatten. Als wir die Tür verschlossen, warf ich noch einen letzten Blick in das Gebäude. Ich hörte das Knirschen des Holzes und sah das Ding aus der Kellertür in die Haupthalle treten. Dann fingen wir an zu rennen. Wir waren uns nicht sicher, wohin wir rannten oder wohin wir wollten, aber wir rannten weiter, bis wir unsere Füße nicht mehr spüren konnten. Wir fanden ein Restaurant und baten die Mitarbeiter darum, das Telefon zu benutzen. Sie fragten, was passiert war, aber wir sagten ihnen nur, dass wir die Polizei rufen mussten. Wir wurden gebeten, draußen zu warten, während die Polizei das Gebäude überprüfte. Nach etwa zehn Minuten Wartezeit kamen sie zurück und sagten, dass sie niemanden finden konnten, bis auf einen abgerissenen Türknau von der Kellertür. Ich wollte mir das Ganze selbst anschauen und bat die Männer darum, mich zu begleiten. Als wir uns dem Keller näherten, bemerkte ich, dass das Licht im Flur an war. Laut den Offizieren waren die Lichter bereits eingeschaltet. Ich fühlte mich noch unruhiger als zuvor und wurde langsamer. Ich versuchte, mich zu versichern, dass alles in Ordnung war und dass das, was hier unten gewesen war, verschwunden war. Als wir unten ankamen, bemerkte ich, dass eines der Klassenzimmer am Ende der Halle offen und das Licht im Raum eingeschaltet war. Sofort wollte ich wissen, ob sie das waren, aber sie verneinten es. Ich hatte das Licht ausgeschaltet und die Tür abgeschlossen. Das war einfach unmöglich. Einer von ihnen holte seine Pistole heraus und ging vorsichtig zum Raum. Ich blieb hinter ihm. Als er sich der Tür näherte, bewegte er sich immer langsamer, bis er schließlich den Raum erreichte. Es war niemand dort. Dann konnten wir sehen, dass das Fenster oben an der Wand zerbrochen war. Das Ding war verschwunden. Ich hatte keine Ahnung, wer oder was es war. Das war der letzte Tag, dass ich als Hausmeister in dieser Kirche tätig war. Man sollte vorsichtig sein. Schließlich weiß man nie, wen diese Gestalt als nächstes besuchen wird. Das war das, Ich habe das «éner訳 serblich festeocktätig. » Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020